Wir müssen uns noch ein bisschen mehr mit der Stellung und den Aufgaben des oder der Datenschutzbeauftragten beschäftigen, denn das ist wirklich eine zentrale Innovation der Datenschutzgrundverordnung und dieser Rolle kommen ganz wichtige Aufgaben zu. Und die kommen ja deswegen zu dieser Person, dieser Aufgaben, weil der Datenschutzbeauftragte eben nicht verantwortlich ist. Verantwortlich ist am Ende immer die Leitung der jeweiligen Einrichtung, aber als unabhängige Stelle doch zuständig ist dafür, die Verantwortlichen dabei zu unterstützen, dass Datenschutz in der jeweiligen Einrichtung wahrgenommen und durchgesetzt wird und auch gleichzeitig die Betroffenen zu unterstützen. Und neben dieser Mittlerrolle tritt dann auch noch eine weitere Rolle hinzu, nämlich die Aufgabe gegenüber der Behörde und sonstigen externen Stakeholdern, also auch zum Beispiel gegenüber Betroffenen, Kommunikations- und Schnittstellenaufgaben wahrnehmen zu müssen. Der Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbeauftragte ist also wirklich im Zentrum des Geschehens und deswegen muss er oder sie auch mit entsprechenden Garantien und mit entsprechenden Möglichkeiten ausgestattet werden. Der Datenschutzbeauftragte ist deswegen unabhängig, er muss unabhängig in der Lage sein, seine oder ihre Aufgaben wahrzunehmen und dazu gehört insbesondere auch, dass er weisungsfrei ist in der Wahrnehmung dieser Aufgaben. Es ist also nicht so, dass dieses Amt dazu führt, dass man irgendwo in der Hierarchie, in der Linie der jeweiligen Einrichtung verankert ist, sondern man ist eine unabhängige Stelle, die typischerweise direkt an die Behördenleitung oder direkt an die Geschäftsführung berichtet und das eben in unabhängiger, weisungsfreier Weise tun muss und darf. Und damit der Betreffende das auch wirklich unabhängig und weisungsfrei tun kann, ist unter anderem sicherzustellen, dass ihm aus der Wahrnehmung dieser Aufgaben keine Benachteiligungen erfolgen. Er darf also nicht deswegen, weil er jetzt irgendwelche Dinge sagt, die unbequem sind, in seinem beruflichen Fortkommen gehindert werden. Er muss in Bezug auf die Betroffenen den Eindruck vermitteln, dass er vertraulich agieren kann, deswegen ist er zur Geheimhaltung verpflichtet und er ist davor zu schützen, dass er in irgendwelche Interessenskonflikte gerät. Das ist auch ganz wichtig und ganz heikel dann, wenn der Datenschutzbeauftragte nicht nur Datenschutz als Aufgabe hat, sondern darüber hinaus auch noch irgendeine Linienaufgabe. Das ist nicht unmöglich, es ist also nicht gesetzlich vorgesehen, dass der Datenschutzbeauftragte nichts anderes tun darf. Wenn er aber irgendwas anderes tut, dann ist eben sicherzustellen, dass er nicht in einen Interessenskonflikt gerät. Und ein solcher Interessenskonflikt kann zum Beispiel regelmäßig dann auftreten, wenn der oder die Datenschutzbeauftragte nicht nur Datenschutz unter der Agenda hat, sondern auch zum Beispiel die Leitung des Rechenzentrums. Oder wenn der oder die Datenschutzbeauftragte gleichzeitig in einer Unternehmensführungsposition ist, also zum Beispiel für die Finanzen zuständig ist. Oder aber auch bei Betriebsräten kann man an der einen oder anderen Stelle Fragen zur Unabhängigkeit stellen. Also all das nicht grundsätzlich von Beginn an ausgeschlossen, aber schwieriger in Bezug auf die Unabhängigkeit, die ist eben organisatorisch wichtig und richtig sicherzustellen. Was muss er oder sie dann tun? Er muss eben auf der einen Seite diese Vermittlungsaufgabe übernehmen und alle Stakeholder, wie man neudeutsch sagt, beraten. Er muss aber auch sicherstellen, dass eine gewisse Überwachung in der jeweiligen Einrichtung durch ihn vorgenommen wird. Er kann sich also nicht blind stellen und so tun, als würde er irgendwelche Verstöße nicht wahrnehmen. Er muss mit der Behörde zusammenarbeiten können. Er ist nämlich der Single Point of Contact für die Behörde. Das gilt dann, wenn was schiefgelaufen ist. Das gilt aber auch schon im Vorfeld, zum Beispiel bei einem Privacy Impact Assessment. Was das genau ist, erzähle ich Ihnen in drei Minuten. Er muss also auch nach außen kommunizieren können. Wie schaut also so eine ideale Datenschutzbeauftragte oder ein idealer Datenschutzbeauftragter aus? Der Betreffende hat eine juristische, insbesondere datenschutzrechtliche Vorqualifikation. Er oder sie hat eine technische Vorqualifikation. Er oder sie kann entsprechende Datenschutzpraktische Erfahrungen aufweisen. Er oder sie besitzt das Vertrauen der Behördenleitung oder der Geschäftsführung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sonstiger Stakeholder. Und er oder sie ist in der Lage, Kommunikation, auch Kommunikation unter Stress zu führen. Denn viele Positionen oder viele Situationen, in denen der Datenschutzbeauftragte dann eine ganz wichtige Rolle spielen wird, sind Fälle, bei denen Stress in der Behörde oder im Unternehmen herrscht. Das gilt insbesondere, wenn irgendwelche Sicherheitsverstöße vorliegen. Aber das kann auch schon gelten bei einem sogenannten Privacy Impact Assessment, bei dem der Datenschutzbeauftragte auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Warum kann es da stressig werden? Deswegen, weil man hier ganz typischerweise ganz unterschiedliche Interessenslagen in der Behörde oder im Unternehmen aufeinander prallen sieht und der Datenschutzbeauftragte da irgendwo in der Mitte drinnen steht und das durch diese Untiefen durchführen muss. Was ist so ein Privacy Impact Assessment? Ein Privacy Impact Assessment ist ein zentrales weiteres Instrument, mit dem versucht wird, die Betroffenen in Interessen besser als bisher zu wahren. Das tut man eben jetzt, indem man eine solche Verpflichtung einführt, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, also bevor der erste Betroffene sich beschwert hat oder das erste Privacy Preach Event aufgetreten ist, schon dann, wenn eine entsprechende Verarbeitung eingeführt werden soll, bei der Risiken auftreten, die relevant sind oder Risiken auftreten können, die relevant sind für die Betroffenen, dann muss ein solches Privacy Impact Assessment durchgeführt werden und es muss dokumentiert werden und es muss in Fällen, die besonders sensibel sind, auch schon in Kommunikation mit der Behörde durchgeführt werden, mit dem Ziel, dass man eben noch bevor alles losgegangen ist, schon weiß, was hier eigentlich an Risiken entstehen kann und wie mit diesen Risiken umgegangen wird. Und an dieser Stelle hier ist dann, wie gesagt, der Datenschutzbeauftragte oder die Datenschutzbeauftragte ein zentral wichtiges Organ, unter anderem auch dann und so weiter mit der Behörde, aber auch mit der Unternehmens- oder Behördenleitung, mit der Behörde meine ich jetzt die Aufsichtsbehörde im ersten Fall, kommunizieren können muss. Was ist in so einem Privacy Impact Assessment zu tun? Es muss auf der einen Seite sichergestellt werden, dass klar ist, was überhaupt getan werden soll, also eine ordentliche Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Datenkategorien, die da verarbeitet werden. Es muss klar sein, zu welchem Zweck das geschieht, Stichwort Zweckbindungsgrundsatz. Es muss klar sein, dass das notwendig ist zur Erreichung dieses Zwecks. Auch das muss im Vorfeld geprüft werden. Es müssen die Risiken, die auftreten, evaluiert werden. Da gilt insbesondere auch dann, dass eine entsprechende Informationssicherheitsbeurteilung wahrgenommen wird, weswegen der Datenschutzbeauftragte eine ganz zentrale Rolle auch spielt in Richtung Informationssicherheit. Dazu sage ich gleich noch etwas mehr. Und er muss letztlich auch sicherstellen, ein derartiger Prozess des Privacy Impact Assessments, das einigermaßen dokumentiert ist, dass die jeweilige Einrichtung sich an die Regeln der Datenschutzgrundverordnung hält. In all dem befindet sich, wie gesagt, der Datenschutzbeauftragte an zentraler Stelle. Der ist da also ganz wichtig. Er ist auch darin wichtig, die Informationssicherheit zu garantieren, in derartigen, aber auch in allen anderen Fällen. Apropos Informationssicherheit, was tut die Datenschutzgrundverordnung da? Auf der einen Seite führt sie einen Grundsatz ein, den ich früher schon mal ganz kurz erwähnt habe, nämlich den Grundsatz Privacy by Design und Privacy by Default. Der beste Datenschutz ist der, bei dem gar keine Daten anfallen. Also es sollen, wenn möglich, möglichst wenig. Und wenn dann per Default, also per Voreinstellung, so datenschutzfreundlich wie möglich Daten erhoben werden, wo das nicht möglich ist, müssen entsprechende Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Und diese Datensicherheitsmaßnahmen sind ein weiteres, ganz zentrales Spielfeld für den Datenschutzbeauftragten. Sie sind näher formuliert in Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung. Und in Artikel 32 steht jetzt nicht drin, du musst die ISO-Norm 27001 durchführen oder ähnliches, sondern es steht ein im Allgemeinen abstraktes, im Einzelnen dann aber doch recht detailliertes, bewegliches System da zutage oder ist da näher geschildert, wie sich das Unternehmen hier aufstellen muss. Und die wichtigste erste Antwort, die man da geben muss, ist, es kommt darauf an, es gibt also nicht die absolute Informationssicherheitsvorgabe, die immer einzuhalten ist, sondern es ist beweglich. Aber es gibt schon ein paar Leitplanken. Die wichtigste ist, man soll sich an den Stand der Technik halten. Also die Systeme sollten einigermaßen zeitgemäß sein. Das ist gerade in Behörden, die sehr lange Produktinnovationszyklen haben, mitunter ein gar nicht so einfach einzuhaltender Grundsatz. Der Stand der Technik ist in Relation zu setzen mit den auftretenden Kosten, mit den Details der Verarbeitung, um die es geht, letztlich mit der Eintrittswahrscheinlichkeit von irgendwelchen Inzidenz und mit dem Risiko, das sich für die Interessen des Betroffenen aus einem solchen Inzident ergeben. All das ergibt ein angemessenes Schutzniveau, bei dem der Datenschutzbeauftragte ganz eine zentrale Rolle spielt, dieses zu bewerten. Lassen Sie mich noch eine Bemerkung dazu machen, wie dieses angemessene Schutzniveau dann näher beschrieben wird. Das finden Sie auch im Artikel 32. Ein zentral wichtiges Instrument, das da genannt wird, ist das ganz am Anfang erwähnte Prinzip der Pseudonymisierung und Verschlüsselung. Das ist eines der Instrumente, mit denen hier explizit darauf hingearbeitet werden kann, dass das angemessene Schutzniveau erreicht wird. Zu dessen Beurteilung wesentlich mit zuständig ist, wie gesagt, der oder die Datenschutzbeauftragte. Dem kommt da im Zusammenspiel mit dem Chief Information Security Officer und mit dem CIO, wenn es solche gibt, wenn es sie nicht gibt, dann mit der Leitung der jeweiligen Einrichtung eine zentral wichtige Aufgabe zu. Das sehe nicht nur ich so, sondern auch die sogenannte Artikel 29 Arbeitsgruppe. Die Artikel 29 Arbeitsgruppe ist ein Zusammenschluss der europäischen Datenschutzbehörden. Die heißt bisher noch so, weil sie nach Artikel 29 der bisher existierenden Richtlinie so zusammengesetzt ist und dort sind ihre Aufgaben beschrieben. Ein ganz ähnliches Instrument gibt es aber auch in der Datenschutzgrundverordnung. Es ist eine ganz wichtige Quelle, um sich mit der Datenschutzauslegungspraxis näher zu beschäftigen. Das ist eine ganz wichtige Beurteilung. Untertitelung des ZDF, 2020